Arme und willkommen zu der Klammer in der Abwehrlehrung um um da heute auch ich habe gerade versucht so ein hessliches Gebäude zu bauen nur der rechten Tomas in der Kurs ist ja immer Du musst es nicht versuchen, du schaffst sowas immer Den hässlichen Turm hab ich echt noch nie gebaut Oh, ja, okay Also von der Rundung hier ist er jetzt nicht schlecht? Nein, guck mal hier innen Was? Was? Okay, von der Rundung her, ja, scheiße Das, wo ich dir am ehesten eine gute Bettung gegeben hätte, ist jetzt auch schlecht Okay Ich beziehe wenigstens die Stadtmauer mit ein Heißt das jetzt, ich muss mein Ding jetzt auch in die Stadtmauer mit einziehen, oder was? Ja, musst du Warum? Du sagst? Ja Das macht Sinn Töne nicht Ich muss jetzt so ein Zirp-Ton einbauen Das wird sich irgendwie Zug angehört Ich weiß Ich weiß nicht, ob ich das soll Zug sein Sollte es kein Zug sein? Oh Das wird es kein Zug sein Das hört sich auch wieder zweideutig an wirklich okay weil es ist eindeutig Eindeutig Haben sie gerade überhaupt mehr? Das ist eindeutig, zweideutig Das ist wieder so schön schlecht Wir sind eigentlich die Slabs heller als der Stone selber Weiß ich nicht, weil... Ne guck doch mal Guck mal Ihr Mensch einmal, guck dich das an Das meinst du? Keine Ahnung Wenn wir die Glück copyright sind, die gleich Widerint Auch gleich Kürbisse und ganz viel david braucht ich bin süchtig david ist süchtig nach es gibt helle und dunkle slabs ja oben ist wahrscheinlich dunkel und unten der blöck wenn die umsetzen ist es heller ins misch oben setzt ich weiß nur nicht wie ich um sie hier machen soll zu zielscheiben da deutlich spielen was sagst du jetzt zu dem hier also ist es natürlich sieht aus wie ein a es wird sie den buchstaben machen also das hier soll oben dann so also hier kommt so der nächste boden rein dann ist es um sie zu schlafräume dann soll man also raus gucken also um sie dich gleich nachschauen sondern so ein flur jetzt sehen wenn du fertig bist werde ich natürlich werde ich wenn ich fertig bin natürlich auch alles umändern aber aber das sieht jetzt nicht so schlecht aus wie alle vorgänger oder es geht es gibt ein besseres natürlich aber es sieht alles besser aus als die vorgänger als besser aus als alle vorgänger oder er hat besonders besser als das meckers teil mit lacht scheiße die frage für mich ist jetzt gerade ich hatte jemand wackeln ich habe leider kein dabei nein das ist da warte soll ich da jetzt Prozent der scherz jetzt das dach drauf und auch noch eine er das ist nicht was mit dem schiefen gefällt mir irgendwie das ist vielleicht sich mit denen ja nur ein zweiter hinten hätte das sein anfang sollen also also dass da eine von reihe ist und hier Hätte das anfangen sollen. Achso, hier meinst du? Ja, wollte ich eh noch machen, aber ich wollte dich eher fragen, soll der jetzt hier noch eine Reihe Lock, also noch eine Reihe Eichenholzbretter davor, also dass er... Und ich glaube, ich hätte... Ich hätte das gemacht. Ich hätte Zaun genommen. Komm her. Und hätte hier das noch dazwischen gemacht. Ja, mit der Vorderseite bin ich noch lange nicht fertig. Das ist eine gute Idee. Danke. Aber damit soll ich das so machen? Oder soll ich das so machen? Ich weiß nicht, ich habe das andere nicht gesehen. Also warte, so? Nicht spitzig zulaufen lassen. Nicht spitzig? So? Ja. Entweder so oder... Warte. Oder... Also bloß nicht spitzig zulaufen lassen. Oder so? Ja, eher so. So? Okay. Gut. Warte, wieso lege ich so? Warte, lernst du grad nicht da, ne? Doch, lernst du da. Schade. Wieso? Jetzt würde ich nicht schlafen gehen, aber... ist trotzdem... Bei mir kommen grad wieder so viele Monster. Okay. Da könntest du sonst gleich kurz rausgehen, wenn wir schlafen wollen. Ja. Julian, wo sind die Kornis von so einem Teil, wo die zurückkommen, von dieser kleinen Basis? Keine Ahnung, ich glaube, bei 8900 oder sowas. Warte, das kann ich, glaube ich, kurz nachgucken, warte. Äh, warte. Nee, ich hab den Browser nicht, offensichtlich grad nicht. Komm, mach das bitte, ich brauch das, sonst komm ich nicht zurück. Kannst du das nicht wiederfinden? Nein. Du musst eigentlich immer nur am Rand vom Meer gehen. Ja. Ja, einfach, äh, zum Lufall dauert das halt ein bisschen, aber... In welche Richtung? Ich bin bei 8... 1800 und 8900. Ja, dann geh nach, glaube ich, X ein bisschen mehr. Ich werde meinen, wir müssen die Stadtmauer noch zu Ende machen, weil hier fehlt noch dieser Rand da drüber. Ja, stimmt. Also weiter auf die Höhe hier mit den Treppen oder eins weniger. Warte. Nee, so ist so okay. So oder so? Ja, oder so geht es auch besser. Ja, okay, dann mach ich hier, weil man muss ja auch noch schlafen können und so da drin. War ja drinnen noch Platz. So. So. Warte, da muss ein Blocken. Ach man. Von Jus sehe ich besser, der Scho. Mir ist total egal, was er sagt, weil er wird zu oder so sagen, dass es scheiß aussieht. Egal, wie es aussieht. So. Nö, das ist nicht. Ja? Ja. Okay. Ja, Julian, du mal mit deinem. Vorurteilen, ja? Ja, ich weiß, dass du zu mir. Nur, weil du der Ringelscheiße baust, heißt das doch nicht, wenn's... Was, Ringelscheiße? Nicht der Ringel. Nur, weil du Ringelscheiße baust. Warte, David, 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 hier hat noch eine Frage. Und zwar, ich bin grad nicht sicher, ob ich, äh, so lassen soll, oder? Warte, David. Warte, hast du Fakten für mich? Ja, warte. Okay. Ich versuch's! Sieht übrigens alles aus. Wir haben das langmachende Lemo. Äh, keine Ahnung, wie ich noch die Mopfer heute... Wir haben für die Woche, obwohl wir haben letzt mal bisher noch vor Ort aufgenommen. Ne? Brauche es mindestens zwei Parts oder drei, glaube ich. Ach, und Creeper! Nein! Warum hat er denn nicht die Luft gesprengt? Ah, geil! Ja, wenn Creeper auf halben Blöcken oder drei Viertel Blöcken explodieren, dann sprengen die nur die einen Block in die Luft. Das ist voll geil. Dankeschön. Damit, ich habe eine kleine Frage. Ganz so kurz. Warte, komm mal. Und zwar soll ich ganz oben drauf, da wo jetzt die Biken sind... Soll ich jetzt das drauf machen? Sollen wir hier eigentlich auch noch Lampen hinmachen? Wo? Ja, guck mal. Aber warte. Ich kann es nicht gucken, wo das ist. Ich finde das nicht. Einfach die ganze Zeit in der Küste vorbei laufen. Doch, wir haben das in einem der Parts irgendwann mal gemacht. Warte, David? Ja. Ja, Julian, dann sterb ich halt jetzt, weil ich kein Essen mehr habe und ihr die ganze Zeit von Monster an... Hast du schon zu Ende gefarmt? Ja, mein ganzes Inventar ist voll. Wie viel Eisen hast du denn? Eisen habe ich, drei Stacks. Da, mit dem Slaps oben drauf oder ohne? Und Julian labert weiter. Mit? Okay. Ja, ich bin jetzt schon seit fünf Minuten dabei, David das zu fragen. Und du glaubst, es ist die ganze Zeit dazwischen. Lauf doch einfach an der Küste vorbei. Die ganze Zeit. Das war einig. Das war gut. So. Dann noch... ... ... ich muss ein trink mal fucking angebracht werden ich finde es nicht jeder einfach weiter an der küsse ist ja doch ja in welche richtung das ist eine insel und dann kommt es auf jeden fall an bis jetzt kommt der schutz 1 also ich habe keine rüstung mehr ich leuchte jetzt mal hier die gegend aus ich mache dann wieder das gleiche immer wieder so oder k k k dann zum Beispiel ich hätte ich Hunger verliere ich bin hier drin ey das sieht scheiße aus aber was ist denn wenn das sieht doch gar nicht schlecht aus das sieht doch gar nicht schlecht aus so so ja ich habe es zu tief da bin ich wieder ja hast du geschafft wir brauchen hier echt noch ein biegen mehr ja brauchen wir auch aber problem ist halt gewisse köpfe ja ja was soll das ich überlege gerade ob das ne oder doch warte geh mal her du kannst du mir mal holzt holztreppen geben treppen ja hier für dich hieß brauche ich voll ja ich habe unnötigen schlafen du brauchst hast ich brauche ich hätte das ganze zeug was du weggeschmissen hast bestimmt voll gesund gut Julian im bester fast von lustig gelacht als christian runtergefallen ist ich weiß ich weiß es richte ich bin nachts weg 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 ich finde ich hier was du willst du holst dann gar nicht so muss es eigentlich hier sein aber es sieht so gut aus scheiße das stimmt interessant ach so mit zwei Euro zwischen okay im kleinen da sind wir weiß also wenn du das entweder das oder schlägt 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 da weiß ich nicht wie es aussieht will ich einfach nur versuchen so einander es ist auch sie auf den Zeugen drauf ja und noch kommt lol wo ist das Höllenportal und hier drunter dann ich weiß nicht im Haus drin oder so im Haus nein ich bin ja schon durch die Hölle durch ach so du musst jetzt hier lang wo bist du jetzt am Ende der Bahnstrecke ja oben links rechts oben so dann vielleicht Julian das Problem ist nur ich finde das da oben muss auch sein oder diese die raussagen oder ist irgendwie komisch weil das hier ist so niedrig ja das ist das Problem das ist das einzige Problem aber ich finde wenn man das äh nicht warte warte ja das rausgucken schon aber da muss das ja auch ein bisschen höher ja das ist das Problem soll es dann soll es dann eins höher ja du kannst es ja machen dann setzt einfach den Teppich da wenn man daraus gucken will warte dann mach ich kurz dass ich hier über die Holzbalken oder ja das sieht doch das sieht auch gut aus ja siehst du möchte ich dann vorne auch noch zu oder du machst ein großes Fenster hin oben statt nehm mach ich auf jeden Fall dreimal zwei Fenster da oben wasserfrei ist da oben wasserfrei ist ja weil das hätte ja auch genauso gut ein ähm eine Terrasse sein Terrasse Balkon 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 ich hab sie ja 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 also gehalten ist sowas die gewählten Gipskirche hat für die nächste Gebäude merkt und so obwohl ich bin seit 126 fast die Gäste aber eigentlich alles eher Rohstoffverbrauchende und die Kugel was denn hier rein ja ne also eigentlich ist das ja nicht ganz so geil als aber äh irgendwas muss hier in die Wand und sieht das ist alles so stimmt das gut wohl ne ähm ja kommt drauf an warte ich glaub das sagt links so die Theke kommt und so Küche und so zwei wo ich glaub ich brauch so so einen Anbau für die Küche geht das weil das geht natürlich nicht was ein Leiter dran und ja das stimmt crazy aus weil guck mal du siehst ja das so und dann ist das hier noch davor ja warte warte so mit dem Schild so es ist behindert auch was warte na 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 warte und oben machen auch noch oben dran m obwohl wenn du es auf beiden Seiten machst dann vielleicht ne warte 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 als Türen an die Freunde anbringen kann wir sagen dass er statt alles von dem Gebäude von mir außer die schönen Sachen Prozent und es ist ich kann dir was zeigen Jürgen Achtung aber ja ich hab schon gesagt wie geht es wie du das hier schön hinkriegst ganz einfach so und so ein Wettbewerb ist schön das hat bei mir keine beide kann es gehen bei mir hat Prozent ich hab ein bisschen mir keiner zu gehen bei mir hat ich auch habe ich ins Gelder hat es also Julian und ich habe bei mir ins Kind soll das werden so als ein Schäumen werden nein das wird ein Wurzhaus so was also Lennart bei mir bei mir hast du nur keins Kind weil er spielt mit default wie eben ja die Spiele 6 das ist noch komisch aber auch kann man normales Minecraft mit die Frucht spielen ich auch wie kann man das nicht spielen das ist Minecraft dann das andere ist dann kein Minecraft oder was ja dann ist die Grafik verändert die Textur ich finde aber mit Zwecks ist das mehr Minecraft zumindest bei Spielmodus oder sowas bei t-Life meantime äh äh Mêmeach auch normales Minecraft aber hierbei bei normales extensionGB binmeesterBE schon einen ganzen stack holz verbraucht hat der spieler verlassen guck ich bei dir mehr zu als zu bauen und mein teil da finde ich aber auch gut das ist für mich und für das bauwerk kommt es ist eher eine kleine burg als eine kaserne ich habe meine stadt an der stelle würde die ein bisschen länger machen schluss nach hinten meinte er hatte ich vor also das ist nur anfang damit hinter mir kommt sowieso mehr das ist viel zu wenig müssen auch noch ein paar zimmer hin wenn du vergisst den koppelzonen darunter ich habe auch kein dabei das problem das kommt mehr habe ich kann ich mich so es ist zu lang bisschen zu lang bis hier die ein zweiter noch nicht natürlich macht mit bau dir bei dir jetzt erstmal ein bisschen mit aber trotzdem ist es dann hauptsächlich mein bauwerk will auch was in der stadt was schönes beigetragen haben alter creeper nice das ist ein block also ist in ordnung oder wo es vielleicht auch schon eins zu lang oder das ist gut nämlich kurz er da rein ich würde dir hinten wirklich was raten warte wenn du so machst das ist falsch was ich würde dir raten hier hinten so zu machen das ist der Anbau meinte mhm hü hast du das hui fail das dürfte nicht sein ich habe keine Axt kannst du die oben da mal abbauen die beiden als Blöcke wie meinst du? da einen Slap stattdessen hinsetzen Slap 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 warte ich habe noch einen Slap ich habe noch einen Slap hier bleibt sie auf der anderen Seite muss es ja auch noch mal sein es wollte ich bin mit Kraft in Kabel noch was bauen da wir ja so viele haben stimmt da kann man hier wirklich was bauen oder? weil das guck mal guck mal wie das guck mal ich weiß das sieht von der Seite nicht gut ist aber guck mal wie das oben aussieht guck mal zwei weitere und du hast den Tisch ich glaub du hast äh ne andere äh Kraft in der Mitte so als ich sag bei mir ist es ein Tuch mit so ein paar Strichen drauf ja ja das ist bei mir auch aber kannst du auch als Tuch nehmen ja aber ich finde das ist witzig dass hier Eisenball ist aber wird das nur aus Holz gecraftet ja der Crafty Table so bauen stimmt schon aber ich wüsste wie ich Hauptsache Lennart der ein Haus aus Crafting Table bauen möchte der möchte sagt über wie hässlich wir bauen oder ich baue das Haus aus Crafting Table das ist doch schon so ja ich habe ich keine Pfosten dran hier sollte doch wussten oder ja ich bin nicht hin und ich muss jetzt kein holz mehr er holte nur welches die Sitzung wird mich so erschreckt er ich hole neue Fagel wohl ein bisschen Holz auch normal Fak ich hab als normal wir haben so Bretter Bretter ja Brinchen nicht so für die Prozent 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 er war kein Brotter nicht besser wir können mit haben scheiß creeper doch keine fackel doch die ich hab ja die habe ich alles aber gemacht ja die körper sind zu zweit ist klar dass man rosa noch ja nee explodiere ich steht 10.000 blöcke weg und du explodierst klar jetzt kann ich raus weil wir schlafen geht es ist schon im bett bist du schon im bett gd schritten wort noch hin in morgen ich brauche den stein ab dem in meinem haus geblendet habe ich wieder kommen ist zu mir ich bin der wachstum damit das realistischer aussieht total ich bin jetzt erst einmal ums Lager gerannt von mhm ok wie lange brauche ich denn zum Abbau von Stein mit einer Eisenspitze ja voll ewig so jetzt auf in mein schönes Haus wo ist mein Bett? Gute Nacht wo ist mein Bett? Gute Nacht beim Bett wo ist jemand da? Ach in der oder Lefter nein wo ist mein Bett? Ich will jetzt wissen wo mein Bett ist Wir haben das Bett geklaut ich nicht wer hat mein Bett geklaut Leil ich hab ne Diaa axt bei mir hier im Haus ok ich warte ich ja ich komme schon ich bin im bett ich mag mein bett mein bett mag ich schlafe auf meinen pferden so zu sagen auch übrigens steuerzahlen um hier eure pferde bei mir stehen so ein dia pro tag und die zählt schon seitdem das da ist und bei lennart sein pferd hier drin hat aber das was erstellt von der folge let's play minecraft oder wir machen das mit level 30 level pro tag wenn euch die folge gefallen hat könnt ihr eine positive erinnerung lassen wenn ich an den griffen warum und tschüss